Grüß euch, ich darf euch heute von unserem neuen Skischoch erzählen vom RC4 Podium. Super Schoch, haben wir super entwickelt die Firma Fischer und die Renathleten von der Firma Fischer. Für einen Skischoch ist es einfach wichtig, der muss passen wie eine zweite Haut. Es ist die direkte Übertragung von unserem Körper zum Schnee und solange das Schoch passt, können wir auch schon Skifahren. Das ist vergleichbar wie mit dem Lenkrad beim Kartfahren. Heute sind wir auf der Kartbahn und heute ist es am Lenkrad schon gut hingekriegt und ich hoffe, dass ich im Winter dann auch so übertragend zusammenkriege mit dem Topgerät. Und das wünsche ich euch auch. Wir checken ihr fort. black haben mit dem